hallo und herzlich willkommen zu einem neuen diamond painting video ich habe hier produkte von diamond art gift tüte kann weg und es ist schon ein bisschen dunkler wir haben 9 uhr aber das kam heute an und das möchte ich gerne direkt abdrehen ich habe ein paar coole accessoires was neues zwei bilder und ein cooles hängerchen das werden wir uns direkt mal als erstes angucken das ist das toolkit da haben wir wieder diese bunte kette mit drin mit dem ja mit dem steinchen für ans ende das ist so ein lichtfänger und das ist kaputt gegangen nein ich habe in letzter zeit echt kein glück mir ist letztens schon eins damit kaputt gegangen aber das hier ist so richtig kaputt leider es kam gerade erst heute an seht ihr es kacke da kann ich jetzt echt nichts mehr machen ja das werde ich dann der firma schreiben dass die mir das einfach nächstes mal noch mit noch mal mit beilegen ach schade ich hatte mich so auf die eule gefreut leute ich finde die so niedlich ah mist irgendwie in letzter zeit habe ich pech bei dem anderen war es nicht so schlimm das konnte ich noch gut retten aber bei dem kann ich jetzt leider nichts mehr retten schade das hier werde ich aber auf jeden fall aufheben falls mir irgendwo was fehlt oder kaputt ist und die steinchen hebe ich auch auf die sind echt sehr sehr schön vor allem diese sondersteine hier die gefallen mir sehr gut ja straß steine wären es gewesen oder sind es immer noch schade leute die ist so niedlich misst schade schokolade naja weiter geht's ich habe mir nachfüllspitzen noch mitgenommen für den ein diamond painting stift den ich habe für die sondersteinchen genau da gibt es jetzt gott sei dank endlich spitzen zum nachbestellen da habe ich hier zwei stück die werden mit so einer kleinen schraube dann reingedreht da habe ich mir pink bestellt fand ich total schön hat mir gut gefallen und ich bin halt froh dass man wie gesagt die spitzen jetzt nach bestellen kann da muss man nicht den ganzen stift nachher wegschmeißen genau das habe ich mir bestellt ich werde alles auf jeden fall verlinken dann durfte auch mal wieder ein stift mit den habe ich euch schon ganz oft gezeigt aber irgendwie habe ich alle hergegeben verschenkt verlost wie auch immer und hatte dann selbst gar keinen mehr und jetzt durfte mal wieder einer mit in dieser variante hier mit gold gelb pink ist für ein steinchen aufzunehmen so sieht das ganze dann aus genau und dann habe ich noch so ein tool hier bestellt ich habe mir jetzt noch mal eins bestellt woanders weil die kann man dann nachher aneinander stecken da gibt es auch verschiedene farben ich habe jetzt aber halt lila genommen das andere ist glaube ich auch lila und dann kann man das so aneinander stecken und dann kann man quasi gleichzeitig mit mehreren farben painten dann kann man das hier aufmachen und kann die steinchen gut ausschütten ja das wollte ich mal gerne ausprobieren wie das ganze dann aussieht wenn man zwei farben drin hat und kippt das dann so aus dass die dann nicht so über kippen wenn ihr euch da auskennt schreibt mir mal gerne notfalls einfach also rausschieben vielleicht mal gucken ich wollte halt mal ausprobieren genau und dann habe ich noch einen anderen stift den habe ich schon in zwei anderen farben da diese farbe hat mir aber noch gefehlt und ich paint mit dem stift wahnsinnig gerne so bin fertig mit rascheln es war noch wachs mit dabei und zwar lilanes wachs und das sieht so schön aus und da ist gleich dreimal lila wachs mit drin mit so einer schönen hübschen dose noch fand ich cool dass das eben beim stift mit dabei ist kann man auch einzeln bestellen aber hat mich gefreut dass es da eben noch mit dabei ist passend dazu und das ist dieser ja dieser stift hier ich finde total cool mit dem lässt sich auch super gut und das ist jetzt diese dunkel pinke variante ich habe noch rosa und ich habe noch blau und ich finde den super praktisch ist auch für ein steinchen aufzunehmen finde ich echt mega cool genau und dann durfte mit ein päckchen mit solchen release paper ich glaube das heißt so ich bin mir nicht sicher das sind so wachs plättchen die kann man dann aufs bild drauf legen wenn man die folie abgezogen hat und kann das mit denen ja mit diesen wachs plättchen hier auskleiden dass nichts dran kommt und dann kann man immer stück für stück quasi paint da waren jetzt 50 stück drin waren auch vom preis her echt günstig wie gesagt ich werde alles verlinken das dürfte noch mit und dann habe ich noch zwei bilder bei dem ja da waren leider so kleine tütchen mit dabei aber ist jetzt nicht ganz so schlimm es macht nichts es sind ja nicht so viele das hat man eher selten deswegen ist in ordnung toolkit war natürlich auch mit dabei und das ist ein bild da wollte ich was ausprobieren ich habe das bild nämlich noch mal da ich glaube ich habe es noch ich hoffe es und zwar mit runden steinen und jetzt habe ich mir noch mal bestellt mit eckigen steinen weil ich möchte einfach mal den vergleich anschauen und euch den vergleich dann auch präsentieren wie das halt aussieht wenn man es einmal mit eckigen steinen und einmal mit runden steinen macht klar es ist nicht bei jedem bild so dass es dann so ein krasser unterschied ist oder dass dann direkt mit eckigen steinen besser aussieht manche bilder sehen auch mit runden steinen besser aus aber ich wollte einfach mal so einen kleinen vergleich machen zipptüten waren noch mit dabei das ist gut bei diesen kleinen tütchen hier und das ist das bild ja wie gesagt ich habe das noch mal da mit runden steinen ich hoffe es hoffe dass ich noch nicht aussortiert hatte aber das finde ich eigentlich richtig schön live is what you bake it genau mit so back sachen drauf finde ich richtig schön 30 x 40 eckige steine hat halt echt viel schwarz ist so wie eine kreidetafel gemacht ja mal gucken ich werde wahrscheinlich auch hier so ein bisschen das rot hier wieder so ein bisschen austauschen das ist oftmals bei den bildern das rot gepixelt ist das aber nicht so richtig hin passt da muss man dann einfach ein bisschen mit denken das hat man öfter mal genau und dann kommen wir noch zum letzten bild das letzte bild hat auch eckige steine toolkit hier ist sogar noch ein schieber mit dabei finde ich auch ganz schön und ja ich zeige euch zuerst mal die steine es ist sehr sehr bunt wie gesagt eckige steine schön bunt buntes bild und das bild wollte ich eigentlich bei diamond art club bestellen die haben das aber leider aus dem sortiment genommen da war ich zu langsam und habe es nicht mehr bekommen deswegen habe ich mir jetzt hier bestellt ich habe sonst keine möglichkeit und das ist 30 x 40 ist auch nicht ganz so groß wie das was ich ursprünglich wollte man kann da aber auch sehr sehr gut mit ab steinen arbeiten wenn man welche zur verfügung hat und das wäre eben schön wenn es das in den shops noch geben würde aber das kommt vielleicht irgendwann noch das bild hat 25 farben wie gesagt eckige steine und das ist das kennt ihr bestimmt das ist dieser ganz 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 bunte drache hier ich finde ich super schön mir gefällt da richtig gut aber ich war halt wie gesagt leider zu langsam deswegen muss ich mich jetzt damit hier begnügen aber ist auch schön ist halt ein bisschen kleiner macht aber nichts da bin ich schon sehr gespannt drauf mit den regenbogen farben ich finde es wirklich wirklich süß und jetzt im juni ist ja auch der pride monat und ich finde da passt es ganz gut dazu mit den bunten regenbogen farben genau das war es jetzt mit dem video mit dem haul alle produkte findet ihr in der infobox das war's ich wünsche euch einen wunderschönen tag macht's gut tschüss